Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man das Google G1 mit einem anderen Gerät verbindet, paart. Ich habe dazu den HTC Touch HD und das Google G1. Jetzt schalten wir zunächst am G1 Bluetooth ein. Dazu gehen wir hier in die Einstellung. Dann tippen wir auf Wireless-Controls, aktivieren Bluetooth. Wenn das aktiviert ist, schauen wir bei Bluetooth-Settings und klicken an Discoverable, damit das Gerät sichtbar ist. Jetzt können wir hier schon mal die Tastatur öffnen. Jetzt schauen wir hier beim Touch HD. Zunächst auch Verbindungsmanager. Bluetooth aktivieren. Gehen wir in die Einstellungen rein. Jetzt suchen wir hier nach Geräten. Da müsste dann in wenigen Sekunden das G1 auftauchen. Wir tippen das an, klicken auf Next, geben hier ein Passwort ein. Ich verwende zu Demonstrationszwecken mal 1, 2, 3, 4. Tippe auf Next. Jetzt wird das Passwort am Google G1 abgefragt. Ich gebe es auch hier ein, tippe OK und die beiden Geräte sind nun miteinander verbunden. Wie ihr seht, steht hier Parrot und hier oben ist die Verbindung auch angezeigt. So einfach geht das. Das, was alles neuertes practise, bis die Sache ist.